Du hörst nun eine angeleitete Atemmeditation. Sei offen und lasse dich, so gut du kannst, darauf ein. Es gibt nichts zu erreichen, du kannst auch nichts falsch machen. Gib dich einfach jedem Augenblick, jedem Atemzug hin und erlebe ihn auf deine eigene Weise. Versichere dich, dass du bequem sitzt auf einem Kissen, Bänkchen oder Stuhl. Die Wirbelsäule ist aufgerichtet, deine Schultern sind ganz entspannt und die Hände ruhen locker in deinem Schoß oder auf den Oberschenkeln. Wenn du magst, dann schließe sanft deine Augen. Atme einmal tief ein und aus. Nimm wahr, wie du jetzt da bist, wie du jetzt da sitzt und spüre deinen Körper. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit nun zu deinem Atem. Beobachte, wie er kommt und geht, ohne dass du dafür etwas tun musst. Lasse ihn einfach fließen. Du atmest durch die Nase ein und aus. Ein und aus. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Nase und spüre für ein paar Atemzüge, wie die Luft ein- und ausströmt. Wandere nun ganz achtsam über die Luftröhre zum Brustbereich. Bemerke das Heben und Senken des Brustkorbes bei jedem Atemzug. Spüre nun in deinen Bauch hinein und bemerke auch dort die Bewegungen durch jeden Atemzug. Lasse dich nun mit deiner ganzen Aufmerksamkeit an der Stelle deines Körpers nieder, an der du deinen Atem am deutlichsten spüren kannst. Verweile dort und atme. Lass dich vom Atem tragen. 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 Vielleicht bemerkst du, dass Gedanken oder Gefühle kommen und du abschweifst. Verurteile dich nicht dafür, denn das ist völlig normal. Wenn du es bemerkst, dann lasse den Gedanken einfach weiterziehen wie Wolken am Himmel und wende dich wieder deinem Atem zu. Jeder Atemzug ist eine Chance für einen Neuanfang. Atme achtsam ein, ein und aus, ein und aus. Komme immer wieder zu deinem Atem zurück. Nimm nun deinen Körper noch einmal als Ganzes wahr. Spüre, wie du hier in diesem Raum sitzt und atmest. Du kannst die Haltung der Achtsamkeit mit in deinen Alltag nehmen. Jeder einzelne Atemzug möchte dich an sie erinnern. Stelle dich nun darauf ein, die Übung langsam zu beenden. Nimm einen tiefen Atemzug und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir geschenkt hast. Öffne sanft deine Augen. Nimm dir etwas Zeit, um wieder im Raum anzukommen. dann in die raud ein und zurück und ferええet sie dich an sie�던 Atemzug. Dann das vor replay das Buchstube. Samstag anger ich euch November, verabschieden. dass ich auch noch gerade länge adaptation kann, ..'